So Leute, gerade was im Fernsehen gesehen und zwar geht es darum, in Freiburg soll eine Landschaft für 15.000 Leute gemacht werden. Das ist okay, aber worauf ich jetzt hinaus wollte ist, das Volk entscheidet darüber, ob diese Fläche genutzt werden soll oder nicht. Und jetzt komme ich zu diesem Thema und zwar Artikel 13. Das Volk sollte entscheiden, ob es Artikel 13 geben soll oder nicht. Das wird hier nämlich schon seit Wochen, jeder kennt es, Artikel 13, das widerlichste Internetzensur der Welt, würde ich so sagen, wenn ich darauf so vorbei dran kommen soll. Und zwar, viele gehen ja an die Straße und verhindern das. Man wird schon als Fake-Petition angeerkannt, als Mob. Das Volk hat eigentlich auch ein Mitspracherecht. Da sitzen irgendwie 300 Leute im EU-Parlament in Brüssel und sagen, das oder nicht. Und wir sind in Europa fast über eine Milliarde Leute und diese 9 Millionen, 99 Millionen, 900, ja, 699, keine Ahnung, auf jeden Fall. Die 300 bestimmen das und wir, eine der, keine Ahnung, eine Milliarde Dings, ich habe mich eben vertan, nicht 9 Millionen, sondern 999 Millionen, können darüber nicht entscheiden. Das ist voll die Abfacke, Verarsche, Pohochzehen. Was soll jetzt eine Volksabstimmung kommen, wegen so einem Scheiß, ey.